Ja, du erkennst es dann, wenn du merkst, dass dich das belastet, deine Einsamkeit, oder eben weil du dich nicht zugehörig fühlst, ja und dort in einen Zustand kommst, wo du ja das als Druck empfindest oder ja vielleicht auch ein Wort empfindest, weil du dich nicht zugehörig fühlst und vielleicht noch dumme das Gefühl hast, alle anderen sind so glücklich oder haben einen Partner oder wie auch immer, dann ist es ein Zeichen, dass du dich einsam fühlst und dass das auch einen negativen Einfluss auf deine Psyche haben kann. Weil Einsamkeit weiß man, keinen Einfluss haben, also kann depressiv machen, kann bis hin zu Suizidalität führen.